Gestern war es dann endlich soweit. 100 Abonnenten. Also, um genau zu sein, 100 und 1. Ich möchte mich nach der Medien bedanken, dass einfach so viele diesen Abo-Button zerstört haben. Und ja, 100 Abonnenten. Mal sehen, was als nächstes kommt. Was jetzt erstmal kommt, ist ein Geschenk. Ja, ein Geschenk. Diese Idee habe ich von dem YouTuber bzw. TikToker, bin mir da gerade nicht ganz sicher, Schauhub, keine Ahnung, ob irgendwer den kennt, aber hier das Geschenk. Das Geschenk ist eine Erdbeerkatze. Ja, und das war's. Es ist einfach nur eine Erdbeerkatze. Ich werde vermutlich in den nächsten Tagen nochmal ein Drei-Fakten-Video über Axelothel machen. Die sind einfach kurz und knackig und daher für mich einfach zu machen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. Stopp, ganz kurze Ansage noch. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ein Alien vs. Predator Stop-Motion-Film angekündigt. Das sollte ein 70-Abonnenten-Special werden. Hat nicht ganz geklappt, zugegeben, ja. Allerdings habe ich halt immer noch Probleme mit meinem Schnittprogramm. Ich kriege das irgendwie nicht ganz gelöst. Ich bin da noch dran. Jedenfalls wird als kleine Überbrückung wahrscheinlich ein Review zu Figuren kommen, die in diesem Stop-Motion-Film vorkommen werden. Ja, ich habe halt schon Kulissen dafür gebaut und alles. Mal gucken, in wie vielen Jahren ich das da machen kann, ne. Nee, kleiner Spaß, aber ja. Es wird auf jeden Fall ein Review kommen, einfach um die Zeit zu überbrücken. Ja, ich bin da noch dran. Ja, ich bin da noch dran.